Das sind Lisa und Stefan. Die beiden reisen für ihr Leben gerne. Außerdem sind sie aktive Nutzer diverser sozialer Medien. Da die beiden mehrmals am Tag auf den Plattformen Instagram, WhatsApp, Facebook und dem Messenger unterwegs sind, bietet das Facebook-Netzwerk insbesondere Unternehmen die Möglichkeit zur gezielten Gast- und Kundenansprache. An dieser Stelle kommt Lisas Lieblingshotel ins Spiel. Sie ist schon seit einigen Jahren Stammkundin, weshalb sie sich momentan besonders an dem vielen neuen Content erfreut, den das Hotel seit kurzem auf den Facebook-Plattformen teilt. Die Marketingabteilung des Unternehmens hat nämlich unlängst eine neue Kampagne ins Leben gerufen, um Stammkunden zu binden, aber auch um Neukunden gleichermaßen zu erreichen. Denn auch Stefans Interesse an Lisas Lieblingshotel steigt neuerdings beträchtlich, da sein altes Stammhotel auf seiner Facebook-Startseite nicht mehr wirklich sichtbar ist und er in letzter Zeit vermehrt attraktive Werbeanzeigen von Lisas Lieblingshotel auf seiner Startseite erhält. Dies führt dazu, dass auch Stefan nun seinen nächsten Urlaub in diesem Hotel plant. Doch wie genau haben Geschäftsführung und Marketingabteilung das geschafft? Im Kurs Facebook-Werbung des Projekts Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein vermittelt der Social-Media-Experte Michael Kuriat dem Hotel und vielen anderen Mitwirkenden aus der Tourismuspraxis das notwendige Know-how. Denn im Gegensatz zu Stefans altem Stammhotel hat Lisas Lieblingshotel frühzeitig die Relevanz sozialer Medien und die Auswirkungen des Facebook-Algorithmus erkannt. Es konnte somit eine erfolgreiche Facebook-Strategie entwickeln und diese in dessen eigene Marketingstrategie integrieren. Durch genaues Targeting, Pushposting und die Kenntnis über Reichweiten kann eine detaillierte Zielgruppe angesprochen werden. Auch durch den Umgang mit dem Werbeanzeigenmanager sowie einer effizienten Budgetplanung hat Lisas Lieblingshotel einen Contentplan und eine funktionierende Strategie auf die Beine stellen können. Diese Kursinhalte können nicht nur für kleine und mittelständische Hotels relevant sein, sondern auch Beschäftigten aus der Gastronomie, dem Freizeit- und Eventbereich sowie weiteren Ferienunternehmen hilfreiche Unterstützung im Umgang mit verschiedenen Tools bieten. Und auch Sie haben die Möglichkeit, die erfolgreiche Anwendung dieser Tools sowie zielführende Strategien zu erlernen. Am Ende werden Sie dazu in der Lage sein, Kunden wie Lisa und Stefan gleichermaßen über die Facebook-Plattform anzusprechen, zu gewinnen und zu binden. Durch die sechs kleinteiligen, jeweils einstündigen Lerneinheiten können Sie neues Wissen erlangen und durch die praktischen Selbstlernaufgaben bestens verinnerlichen. Melden Sie sich jetzt gleich für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 an. Die Anmeldung sowie weitere Kurse, unter anderem auch zum Thema Social Media, finden Sie unter www.oncampus.de slash t40.